Mein Name ist Annette Verhees, ich bin 66 Jahre alt, habe zwei erwachsene Töchter und fünf Enkelkinder. Ich bin SPD-Fraktionsgeschäftsführerin. Ich engagiere mich für Kinder und für Jugendliche, bin Mitglied im Jugendhilfeausschuss und im Schulausschuss. Am 13.09.2020 kandidiere ich zum vierten Mal für die SPD-Fraktion. Ich würde mich freuen, wenn sie mir ihr Vertrauen schenken würden und dass ich wieder gewählt werde. Dankeschön.